Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies zusammen mit der Lumi. Hallöchen! Und warum bin ich jetzt ein Zombie? Das ist eine gute Frage, ich bin Pflanze. Soll ich versuchen zu wechseln? Oder willst du wechseln? Ich kann jetzt gar nicht wechseln, ich hab keinen Teamwechsel. Äh. Ist egal, dann musst du es heute mal... Wir spielen am gegnerischen Team. Ne, ich kann auch nicht. Dann ist es heute mal so. Dann gibt's heute mal wieder ne PvP-Runde hier. Dann gibt's jetzt auf die Mütze. Da. Das werden wir dich mal leiden lassen. Wo bist du denn? Nachdem ich letztes Mal so viel mehr abgeschossen hab als du, wird das ein Klacks. Da hab ich eh gefunden. Du bist doch die Zukunftskarte hier, oder? Ja. Mittell ins Gesicht. Aber sowas von, das kam so schnell. Ich konnte gar nicht reagieren. Oh. Oh. Ach so, hier muss man ja wiederbeleben, ne? Ja. Die wollen schnapper hier unterwegs. Die sind halt bei Teamstick echt super eigentlich, ne? Ach der denn? Da kannst du ja nicht wiederbeleben, das ist ja das Coole. So ist der denn jetzt die Strom. Also mit der Sonnenblume erreicht man aber auch rein gar nichts. Wenn hast du mich nicht letztes Mal getötet, ja? Na, einmal hab ich dich doch jetzt schon getötet. Nee, das war der andere. Nein. Hä? Du warst doch die Zukunftskarte, eine Zukunftskarte habe ich schon getötet. Bin mir sicher. Aber nicht mich, das war ein anderer Name, stand da. Jetzt hast du mich. Oh steht, auch 2 zu 0, tatsächlich. Bist du eine Sonnenblume? Ich hab zwischendurch mal gewechselt. Verwirr mich nicht. Du hast doch auch gewechselt, du bist jetzt ganz Dings. Verdammt. Ja, ich bin, äh, äh, Barbarin. Mir wurde vorhin jemand anders angezeigt, der mich getötet hat. Aber es steht 2 zu 0, entsprechend warst du es doch. Ja, ich bin mir sicher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gelesen hab, dass ich dich, ne? Dass ich dich auf die Mütze gegeben hab. Merkwürdig. Boah, ich hab irgendwie Angst, mich hier lang zu wagen. Ey, wir haben 3 Sonnenblumen im Team. Jetzt hört's aber langsam mal auf. Das ist ein bisschen viel. Ja, schon. Wer soll denn da noch Gegner umbringen, wenn wir nur Leute zum Heilen haben? Klar, Sonnenblumen können das auch, aber das sind Sonnenblumen. Hier komm ich immer hoch. Na gut, man wird wenigstens alle 2 Sekunden geheilt. Das ist natürlich praktisch. Miss. Der olle Klempner schießt nicht schnell genug. Uff, Fug. Aber es ist ja trotzdem noch sehr ausgeglichen. Das war ein Lichtkick. Ah, verdammt. Ich darf mich ja nicht wiederbeleben. Scheiß Routine. Da waren eigentlich noch genug, die mich hätten wahrscheinlich erwischen können. So, wo sind sie denn? Hier nicht. Hier unfair in den Hintern geschossen. Haben wir den armen Mario erledigt. It's me. Mario. Das Video hat eine negative Bewertung bekommen bei mir. Wait, tschüss. Das Mario-Luigi. Da hat jemand, glaube ich, mit was anderem gerechnet. Hast du das so genannt? Ja. Ein bisschen zu sehr die Hoffnung auf Dings geschürt. Boah, ey. Mensch. Haben wir dich noch gekriegt? Den Inschluss hättest du mir noch lassen können. Das war, du wurdest gerade rechtzeitig getötet und dann kam eine Sonnenblume um die Ecke, die mir geholfen hat, mich wiederzubeleben. Aber du musst nicht immer auf meiner Leiche rumtrampeln. Ich muss auch aufpassen, dass sich niemand wiederbetrifft. Schon ein heißes Gefecht hier. Na, toll. Stellt mir einfach jemand was in den Weg. So macht man das. Wenn die Schutzmechanismen keine mehr sind. Jetzt habe ich sie alle. Guck mal. Ich gebe dir gleich Guck mal. Ach, Menno. Menno, 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 Menno. Wir Pflanzen sind eindeutig ein bisschen hinten dran. Nein, hat er mich doch noch. Oh. Ach, wir haben uns gegenseitig getötet. Guck mal. Das war es mir sogar fast wert, den anderen nicht rechtzeitig wiederzubeleben kann. Guck mal. Jetzt trampeln wir sogar beides rum. Gut, es ist cooler, wenn ich dich abgeschossen hätte. Das gebe ich zu. Hast du doch, oder? Nee, nee. Ach so, nee. Das war ja hier gerade. Das ging seit dir. Ja. Ich glaube, ich sehe nicht. Aber es hat mir trotzdem Freude bereitet. Man muss ja auch im Team arbeiten können, ne? Oh. Geh weg. Ja, ja, ja. Guck mal. Na ja gut, jetzt wird es langsam albern. Ich gehe. Ich ziehe es schon, meines Weges. Ah. Na, es hat mich jemand gerecht. Falls es dich glücklich macht. Na, ich glaube, ich liege ja noch einzeln Führungen, ne? Ja, das stimmt. Ich muss aufholen. Ich darf mich ja nicht so auf dich versteifen. Wobei, du bist der Beste in eurem Team, ne? Sich abzuschießen bringt eigentlich am meisten... Immer noch der Beste Mensch. Ich bin einst. Mhm. Pa, 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 pa. Ich habe ihn aber nicht erwischt, ne? Nein. Wie ätzend. Oh, der hat aber gesessen. Oh. Oh, verdammt. Oh Gott, tötet die doch alle, die da oben liegen. Seid alle so schön auf einem Haufen. Ich kick. Ah, wie mies. Ist auch gut jetzt. Das war es gar nicht du, das war dein Kumpel. Ist egal, kann trotzdem tanzen. Ja, stimmt. Jetzt hat man nicht so viel getanzt. Oh, Schadenfreude. Ohne Mist. Wie du so stellst. Du hast gerade so schön mit dem Finger auf mich gezeigt und dann weht es dich um. Was ist denn das jetzt hier? Seit wann kann man mit dem Presslufthammer ins Schachelkraut geraten? Unverhofft kommt oft. Mann, Mann, Mann. Ich hatte sogar die Vorlage gegeben. Wahrscheinlich. Wenn du das warst, ja. Oh, wie ich gerade derbst Angst vor einem Schnapper hatte. Dabei ist er ja auf meiner Seite. Oh, Himmel. Zwei zu vier. Pü, pü, pü. Jetzt nicht wieder zu viel tanzen. Du liegst ja hier immer noch. Ich warte. Vielleicht kommt ja noch jemand. So wie letztes Mal. Nachdem du übrigens getanzt hast, wurde ich wiederbelebt. So eine Frechheit. Nee, nee, da wurde ich nicht davor. Das letzte Mal, als du mich erschossen hast, wurde ich wiederbelebt. Aber ich bräuchte mal Heilung hier. Wo ist denn da Wissenschaftler? Gibt's nicht für Zombies, gibt's sowas nicht, nee. Ja, es war klar. Ich sollte mit den Kalapendios mal ein bisschen Ziedeln üben. Geh weg. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Machst du selbst einen Aufwissenschaftler? Nein. Ich bleib bei meinem Pümpel. Ich lieg schon wieder. Wo kommt ihr denn alle her? Wie viel, wie viel? Ihr seid ja auch in der Überzahl. Mist. Ja. Mist, Mist. Das wird ein, wenn ihr gewinnt, ein sehr unfairer Sieg, weil ihr in der Überzahl seid. Das sehe ich gar nicht ein. Mit einem. Nein, es ist einer und ich finde das nicht in Ordnung. Gönn uns doch auch mal was. Und der eine in der Überzahl bist vermutlich du. Der auch noch relativ gut spielt vergleichsweise. Ich bin aber nicht mehr der Beste. Bei uns kommen sie jetzt langsam in die Pötte hier. Wie jetzt 50? Jippie. Ey, wir hätten die noch wieder beleben können, die da rumlagen. Aber komm, es war ein knapper Sieg. Es war knapp, ja. Weil ihr einen mehr hattet. Ja, du bist der Sieger der Herzen. Oh Gott. Na, immerhin. Ich kann mir nicht mal ein Sticker-Packet kaufen. Na doch, bestimmt hier eins. Guck mal, ich hab bestimmt hier so ein super, super Duper-Pack für 5000. Doof. Naja, gut. Immerhin. Ja. Tja. Kannst du noch was kaufen? Nein. Ich hab auch bis 8000. Bin arm. Muss noch eine ordentliche Runde her mit vielen Münzen. Tja. Ja, Münzen sind immer gut auf jeden Fall. Naja. Vielleicht in der nächsten Runde. Vielleicht gibt's da mehr Münzen. Na, falls wir wieder gegeneinander spielen, dann mach ich dich platt. Das wir auch mal sehen. Ja, ja, ja. Dies und viel weiteres sehen Sie in der nächsten Folge. Ja, dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.